Wir melden uns aus dem Camp Nou. Und in der heutigen Partie heißt es FC Barcelona gegen Manchester United. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Barca. Sie greifen heute zu einem 4-3-3 mit sogenannter falscher 9. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Bei ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Nun Cordialba. Und nun Bastian Schweinsteiger. Nun Memphis. Nun Suarez. Wo's geht's jetzt? Rojo. Rooney. Sehr gut reingespielt. Tolle Parade. Das gibt einen Eckball. Und nun ein Schuss. Er schießt. Nee, so nicht. Dafür gibt er die Chance. Kein guter Versuch. Da war definitiv mehr drin nach der Ecke. Das wird ihn ärgern. Nun Cordialba. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Daniel wäre es jetzt am Ball. Ganz einfach an den Ball gekommen. Und jetzt haben sie den Ball. Die kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Smalling. Er steht gut und hat den Ball. Aber Turan jetzt. Die Flagge kommt gut rein. Luis Suarez. Finde den Mitspieler. Messi. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Und jetzt ein Zweikampf. Das müsste es sein. Foul. Freistoß. Und das ist eine gute Gelegenheit. Das Hochspringen war richtig. Der Ball wurde dann geblockt. Wie immer Hektik im Strafraum vor dem Eckball. Daniel Wiss. Rojo. Schweinsteiger. Das war einfach. Und er hat den Ball. Eingelungener Pass. Schuss. Er ist noch heiß. Daniel Wiss. Ball ist draußen. Abstoß. So, und jetzt können wir noch mal schnellen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Torhüters werfen. Das ist was für Ästheten. Und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei. Mascherano. Nun wo es geht es. Messi. Der Ball ist draußen. Gibt ein Wurf für Barcelona. Jetzt war es. Super Flanke. Barcelona kommt nicht so richtig in Schwung bisher. Zu harmlos das Ganze. Und jetzt der Schuss. Ne. Der Abschluss war einfach nicht gut genug. Schweinsteiger. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Luis Suárez. Jetzt gibt es Freistoß für Manchester United. Rojo. Schweinsteiger. Und hier wird es jetzt zwei Minuten Nachspielzeit geben. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Smalling. Schweinsteiger. Jetzt Memphis Depay. Und damit Freistoß gegen Barca. Smalling. Und er schießt. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Gutes Technik. Fair gemacht. Und er hat den Ball. So. Jetzt ist er sofort. Die zweiten 45 Minuten laufen. Barcelona mit dem Anstoß. Klasse aufgepasst vom Torwart. Es geht Ecke für Barcelona. Marta am Ball. Er ist frei. Da kann was draus werden. Abgepfiffen. Foul vom FC Barcelona. Ganz klare Entscheidung. Er war letzter Mann. Und so bitter das ist. Da konnte es nichts anderes als die rote Karte geben. Das war kein Problem für See. Er hält den Freistoß sicher. Und wieder ist er auf dem Posten. Er ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Ball bei Memphis. Ein guter Doppelpass. Schweinsteiger. Super durchgesetzt. Fällt jetzt das Tor. Rooney. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss. Den musst du erstmal rausholen. Da verhindert der Torhüter gekonnt den Gegentreffer und damit auch den Rückstand. Rojo. Damian. Nun Schweinsteiger. Guter Ball nach draußen. Das ist die Chance. Kein guter Ball und daher kein Problem für die Abwehr. Und nun ein Schuss. In Überzahl muss man manchmal Geduld beweisen. Genau. Da lässt du am besten den Gegner laufen. Hier hat es geklappt. Und die Folge ist dieses schöne Tor. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Er kann ihn nicht aufhalten. Schuss von Neymar. Souverän gemacht vom Torwart. Smalley. Damian. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Er versucht es. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Messi. Und den Ball hält der Torhüter fest. Das wird Freistoß gegen Barcelona geben. Ein tolles Tor. Er macht den Freistoß direkt rein. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Und diesen Freistoß verwandelt der Engländer direkt. Ein wirklich schöner Treffer. Da konnte der Schütze sein ganzes Können zeigen. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Martial, da wird er gestört. Der Ball ist draußen. Einwurf für Barcelona. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. In Erster. Pass auf Neymar. Da kommt der Pass auf außen. Er entscheidet auf Freistoß. Und das ist eine gute Position. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Foulstatistik. So kommen sie nicht mehr ins Spiel zurück. Das müssen sie besser machen. Und nun Bastian Schweinsteiger. Schießt er ihn rein. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. In Erster. Suárez. Jetzt gibt es hier Straftaus. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Buschi. Ja, denn er darf weit. Oh, da trifft er die Latte. Er wehrt ihn ab. Da ist das Tor. Der war nicht zu halten. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik, übrigens. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Martial. Und Memphis Depay. Den holt er sich mit einem guten Tackling. den Ball hält er gut. Die Kopfballstarken sind mit vorne. Gleich kommt die Ecke. Der Ball kommt gut. Und da kommt die... Der Ball wurde weggefaustet. Ball bei Memphis. Gute Flanke, aber mindestens genauso gut vom Verteidiger. Daniel wäre es jetzt am Ball. Und da. Und da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.